Hallöschönen Leute und Willkommen zurück zu... Sade, Willi. Okay, okay, ich hab'n Plan. Wir können schon mal eins von dem, wo wir meistens Schwierigkeiten haben, machen. Welches? Äh, das mit Handwerk. Ah. So, ich will... Da können wir auch Ziegenkäse machen und so, also... Äh, einsetzen, meine ich. Hartholz, zehn Stück waren's, glaub ich. Äh, hier war das. Kaffeebohne. Was für die Träume. Stein, Holz und Kupferbarm. Warte mal, ich geh mal kurz auf... Ich glaub, irgendwo war Löwenzahn, aber ich weiß nicht... Löwenzahn kann man im Frühling bekommen, oder? Ja, dann scheiß drauf. Okay, äh, dann noch normales Holz. Hartholz, Zaun, Käferfleisch. Und Stein. Oh, wir haben schon wieder 500 Steinen. Letzte Zeit geht das. Okay. Huh. Okay. Ähm. Kiesepresse. Warum hast du einen Recycler hier hingetan? Darf ich nicht? Nein, wir brauchen einen Platz. Ja, weil alles auf meiner Seite steht. Mach doch irgendwas hier hin. Warte, Ziegenkäse, den habe ich hier. So, jetzt muss ich... Das ist Ziegenmilch. Wir machen jetzt Ziegenkäse. Ja, aber du hast gesagt, Ziegenkäse habe ich hier. Das ist Ziegenmilch. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ziegenkäse ist auch ein wichtiges, ne? Ja. Haben wir schon mal 1 von 6. Einen Stoff bekommen wir nur durch Wolle, ja geil. Und dann brauchen wir noch Garnmaschine. Den Quarz übrigens nicht verkaufen, weil ich brauche einen Quarz. Quarz? Für die Marnie. Kannst du auch mal bei Kent schauen, was ich brauche? Habe ich dir schon gesagt, alle Früchte. Ja, wir... Schau dir mal beim Baum an. Das ist Winter vor allem auch noch. Ja, warte, ich guck mal. Stardew Valley Kent. Geschenke. Geht doch jetzt mal aufs Deutsche. Die Quarz kannst du einfach hier rausnehmen dann. Habe ich schon. Achso, du hast auch schon Quarz. Jo. Habe ich schon geklaut. Äh, naja, neutral findet er halt Löwenzahn. Oder Winterwurzel. Das ist dein scheiß Erz im Winter. Unten kann man das kaufen. Und das, was er nicht mag, ist Quarz. Winterwurzel ist er neutral. Lauch auch. Morsel, also die Pilze sind neutral bei ihm. Ne Narzisse mag er. Ne Narzisse ist nacht. Ne Narzisse ist ne Blume. Wo sind die? Im Frühling. Ja, es ist halt scheiße, wenn man halt nix hat für ihn. Ja, guck mal, guck mal in die Höhle. Da kann nämlich ein Pilz sein. Das ist halt neutral bei ihm. Kannst du dann holen? Das hier brauchen wir auch. Da sind da viele Dinge, unnötige. Es kriegt mich so oft, dass die immer weiterpflanzen. Ja, den hier, der ist neutral bei ihm. Der gewöhnliche Pilz. Fliegenpilze wieder weg. Ja, okay. Kannst du dann in die Truhe legen ein und den Rest verkaufen? Yes. Ahornsirup werde ich mir auch eins mitgehen lassen. Brauchen wir nämlich auch für den Bundle. Ich schmelze einfach. Yes, okay. Das kannst du schon mal. Das ist ein Team-Käse. Zum reinbringen. Okay. Dann habe ich noch zwei Sachen nicht abgeben können. Ja, ich habe einfach, glaube ich, vorerst nichts. Also mir fällt gerade nichts mehr ein. Was man noch abgeben kann. Auch wenn es küsse sind da echt lange dauert, ist es sehr rewarding, glaube ich. Und es macht Spaß. Na ja. Es macht Spaß. Nein, nee. Also, du bist nicht der irgendwo hier fischt. Aber also, ich mache Spaß, alles andere. Ja, nee, alles andere jetzt hier herauszufinden, wie man es macht. Es macht Spaß. Es ist okay. Es ist okay. Ich habe nichts dagegen. Es geht an sich bisher schneller voran, als ich gedacht hatte. Mittlere. Ja, und halt, du musst auch mal gucken, dass wenn du unten vielleicht große Ziegenmilch dann kaufst. Äh, kannst du benutzen? Wolle brauchen wir auch. Also, wir brauchen mal richtig, also, hier brauchen wir, hier brauchen wir auf jeden Fall scharfe, Hühner und Kuh. Und Enten. Ist nicht wichtig. Wir brauchen, eins können wir weglassen. Äh, kannst du dann auch, äh, also, das, was ich, äh, wo, das Käse ist mittlere, zielere. Oh, ich dachte, das ist ja falsch. Ich habe gerade erst das hier gesehen, dachte gerade, das ist ja falsch, aber nein, okay. So, was kannst du nochmal drauf bleiben bei der Mittleren? Was wir dann vielleicht noch brauchen? Die, und, ja, die ist da, okay. Ich war mir gerade nicht sicher. Äh, da war ich gerade eben schon, da gibt es nicht wirklich was, aber. Da ist halt der Löwenz, ja. Das mag er. Ist neutral. Arzisse ist halt. Warte, das brauchten wir auch, aber das, darauf können wir auch auf Frühling warten. Das ist Frühling, ja, das ist das Frühlingsbande. Trüffelöl brauchen wir, Stoff. Trüffel haben wir einen. Aber halt, das, oder? Hast du, hast du das schon reingetan? Was? Trüffel. Nein. Wo denn? Weil ich habe, ich habe mal einen Trüffel gekauft. Mit dem Zehenkäse, hier. Komm mal vorbei, dann tu du ihn halt rein. Ja, hier. Ja, okay, Trüffel haben wir noch nicht reingetan. Brauchten wir hier nochmal Spiegelei, Mohn. Warum auch immer wir das bekommen, Trüff. Doch, wir brauchen alle. Also Strauß fahren, ob ich keine Ahnung, wie man das bekommt. Mohn auch nicht. Das hier hast du schon. Und Trüffel, warte, ich weiß, dass ich das gekauft habe. Ja, ist doch da. Sollen wir zuerst daraus Öl machen und dann halt das eine Speisekammer machen? Oder sollen wir Trüffel direkt? Kannst du entscheiden. Hier brauchen wir halt, hier brauchen wir auch noch 10 Weizen. Weizen kann man im Sommer machen. Äpfel habe ich schon dahingetan. Also das ist ein Apfelbaum hier. Okay, na dann. Ich werde doch die anderen Bäume kaufen. Mindestens einen von jedem. Kauf auch mal. Von jedem. Also in der zu, oder? Kannst du schon? Ja, weil es Piers ist. Aber kann man sich jetzt schon sagen, für die jeweiligen Monate kaufen? Nein. Schade. Ja, dass wir halt in dem Frühling halt dann schon mal für jeden einen Samen kaufen. Dass wir dann halt das auch abschließen. Ja, immerhin macht es im Korb Spaß. Ich glaube, wenn ich zum Singleplayer-Gespiel habe, hätte ich schon längst ein Chota-Ding gemacht. Allein das mit dem Angeln dachte ich schon mal. Angeln an sich, okay, jetzt ist ganz cool. Aber weißt du, wie frustrierend es ist, wenn man den Fisch nicht fängt, den man haben möchte? Ich kann es mir vorstellen. Wenn vor allem so um sein Leben teilweise kämpft, um die Dinger. Ich erinnere dich an den Blockfisch. Auch wenn wir ihn mit mir verbrauchten. Aber der war auf jeden Fall krass. Also der hat nicht aufgegeben, der Junge. Ja, aber der hatte wahrscheinlich noch einen Lebenssinn. Blockfisch. Ich mache mich immer bei Blockfisch und lustig einfach. Weißt du, was ich da lustig fand? In Shantae kannst du in Half-Genie Hero dich wirklich in so einen Blockfisch verwandeln. Wow. Die Verwandlung bringt halt nichts, aber du kannst es. Okay. Der hatte vor allem Geburtstag. Ich glaube, es ist nicht verstanden. Jetzt haben wir wenigstens beide den Geburtstag von uns drin. Ja, ich verstehe. Aber wir haben es verpasst. Du vergisst nur einen Leichen schnell. Ja, wenn man halt nicht auf den Kalender immer guckt, dann... Ich möchte immer noch auf Kampflöde 10 kommen. Ich liebe vor allem deine Levelstufe bei Fischen. Immerhin habe ich die anderen relativ hoch. Ja, guck mal, das sind meine Stufen. Kampflöde, Fischen, Minenarbeit. Aber ich habe mich aufarbeitet bei manchen Dingern. Minenarbeit zum Beispiel. Letztes Jahr Winter hast du oft gemacht, glaube ich. Minenarbeit. Sammeln bin ich halt gar nicht. Dann Hofarbeit auch nicht. Fischen halt dafür extrem. Ja, wenn ich Fischen 10 habe, kann ich mir nochmal was anderes fischen. Also, wenn mir was anderes angeht, ist das auch so eine Statue. Und wenn ich im Frühling dann endlich mal den Brunnen... Ja, ich schmelze mal dann die Iridium-Erze. Die sauen ja am längsten zu schmelzen. Hm. So, 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 so. Ja, warte, hast du schon der Eisen geschmolzen? Oh. Wollten wir auch noch machen. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Ja, heute hast du einen freien Tag. Wieso magst du den Raum am meisten? Der Artikel, was hast du... Weil ich weiß, die drei auch geschlüpft ist. Wieso wollte ich keinen gleichen Witz voranbringen? Das ist immer noch sad, dass du deine Elie nicht gesehen hast. Was? Bist du immer noch sad? Ich bin immer noch sad. Ja, wo ist das? Das haut langsam ab. Das macht Urlaub. Nimm's nicht an. Wann ist überhaupt das wichtig? 25. Ich hab gesagt, ich bin 25. Oh, Lea hat morgen Geburtstag gehabt. Ich bin das falsche Geschlecht. Es ist doch eigentlich egal. Mir ist egal. Ja, aber nein, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt männlich gespielt hätte, hab ich ja schon tausendmal gesagt, hätte ich ja Lea getatet. Dann wäre ich, glaube ich, voll so. Na, Lea. Ich muss dir ein Geschenk schenken. Er ist Möbelstöck hier einfach. Er versteckt sich. Er backt wieder nach der Backer. Ey, jetzt ist er wirklich versteckt. Jetzt sieht man ihn kaum. Hey, bei mir ist er normal. Hey, warum ist das bei mir nur so? Ja, wieso war mein Kind bei dir ein Strich? Ich hab bei voll vielen ein Herz. Ich auch. Goh, hier Emily, Robin, Gus. Aber ich hab mehr. Ich hab zu bashen sogar. Ich hab nicht mal bei deiner Schnalle ein Herz, Alter. Schnalle? Egal, das geht eh bald weg. Ich hab mir andere gesagt, wir wollten eigentlich auch ein paar mit anderen NPCs eine Bindung aufbauen. Ja, ich wollte mit Kent eine aufbauen, aber Kent ist anscheinend sehr schwierig. Wo kannst du ein Diamant? Nein. Alter, wie du mich einfach aufgehalten hast. Äh, ja, ich darf ein. Weil mehr wert. Äh, hier ist nun schon mal zwei Eisenbahnen. Aber warte, wir können ja mit Dings Synthese machen. Ja, stimmt eigentlich. Ich hätte fast zu jeder auf Goldbahnen gedrückt, das ist automatisch bei mir. Äh, Craft ist schon mal so viele wie möglich von den Krebsdingern. Gib mir meinen Eisenbahnen. Ja, da sind die drin. Achso, ich brauche auch Holz. Ah, hier ist Holz, okay. Holz kannst du bitte wieder in die mittlere Touren. Hab ich auch so eine Rechte getan. Ja, ich schmelze noch ein paar Eisenbahnen. Wohin soll ich die tun? Warte, ich tue mal kurz, ich kann mal kurz gucken, ob die, wo die sind ungefähr. Wo die am besten halt, äh, passen oder halt, was sie am meisten bringen. Ich weiß ja nicht, wo die genau sind. Lustkrebs. Kann es sein, dass der Meer Kren verjagt hat im Winter, obwohl es nichts gebracht hat? Der ist auch in allen Jahreszeiten verfügbar, das ist gut. Ja, stimmt, ich wollte noch für jeden Baum einen kaufen. Heute ist Montag, okay? Ich brauche die Location, du Affe. Affe? Ich habe sie noch nie Affe hören, äh, äh, gesagt. Er kann im Süßwasser in jeder Jahreszeuge gefangen werden. Also ich denke mal überall einfach, in jedem Fluss. Okay, ähm... So muss halt ab. Das zwei, gib mir jetzt eher. Achso. Kann ich mir den dritten noch färften? Oh, auszusehen. Boah. Ich habe auch den Weitersfall gedrückt. Ey. Ja, sehr gut, jetzt hat es auch noch funktioniert. So, ich kaufe noch ein paar Bäume. Und halt eher gesagt, äh, Setzlinge. Nein, das ist nicht wahr, oder? Mir fehlt einfach Holz. Hier musst du... Kannst du auch danach schauen, ob da der Markt da ist? Also der Händler. Ja. Aber da nicht erst heute. Ne, wir waren gestern da, ne? Ja. Huch. Wir haben schon... Wir Frauenkirsch, Aprikos, Orange. Und wir haben die einfach nochmal den Katalog verkaufen. Kann man ja. Man kann auch aus dem Wegschmeißen. So, ich... Alter, huch. Er ist nicht da. Okay, danke, aber... So, ich habe... Sie ist nicht da, wenn ich das Typ mal sage. Ich habe jetzt mehrere Bäume gekauft. Also Setzlinge. Okay. Mir fehlt ein Holz. Wow. Boom. So. Na, dann tue ich ihn bei der Stadt. Und abbauen kann man ihn auch, ne? Mhm. Achso, du hast gerade die ganzen Äpfel gekauft. Die Bäume. Aber die kostet halt hier, darum haben wir ein bisschen Geld verloren. Deswegen habe ich gerade gefragt, wo ist jetzt auch unser Geld wieder hin? Naja. Warte, kurz, komm mal her. Du kannst noch eins herstellen. Du warst ja inzwischen Holz wieder, oder? Nein. Achso. Ich habe... Willst du wissen, wie viel Holz ich habe? Wie viel? Null. Hast du da überhaupt was gesammelt? Ja, so viel, wie ich brauchte. Wir haben kein Holz. Wie ist das passiert? Wir haben generell wenig Holz gehabt. Hä? Wir hatten generell wenig Holz. Dann tue ich alles mal hier rein. So, das ist ein Fluss. Zack. No shit, Sherlock. Ich mache hier nochmal einen hin und dann auf der anderen Seite mache ich auch einen hin. So, wie lange dauert jetzt der Prozess? Jetzt lasst euch da einschmerren. Blöde Larrys. Ja, jetzt sind gar keine Larrys. Das wären rumma. Ich brauche Luftskrebse. Doch, Mann. Hä? Hä? Wie gucke ich nach, wie da einer ist? Wie sehe ich, dass da einer drin ist? Ja, das wird oben. Da ist es wie, als würde da so eine Sprechblase sein. Ah, achso. Okay. Sieht das gleichmäßig aus? Ja. So scheiße, gab es gleichmäßig ist. Das ist die große Baumfolge. Das ist so geil. Kann man den dann auch benutzen als Möbelstück? Das ist Iridium-Erz. Das ist Iridium-Erz. Ich meine den Ding. Wer war's? Den Meteorit. Nein, da kommt Iridium-Erz und Geoden raus. Mehr nicht. Schade. Dann hätte ich den gerne in meinen wissenschaftlichen Keller gesteckt. Du sollst eher mehr so eine Frauenhöhle machen. Nicht machen, eine Männerhöhle. Frauenhöhle? Ja, sieh doch aus, eine Frauenhöhle. Also ich meine. Ich sollte auf den, wir brauchen halt, auf einmal haben wir keinen Golderz. Wir hatten ungefähr 100 Golderz. Was weiß ich? Wir brauchen unbedingt wieder Golderz. Denkst du, ich lasch das? Ja. Ich kenne viele Fabelwesen, die gerne Gold essen. Ja, ich bin aber kein Fabelwesen. Das ist mir Spaß. Aber was habe ich das für eine Stimme gemacht? Ja, dann schaue ich mal, was denn Crystalisator noch braucht. Oh, Batterien. Ernsthaft jetzt? Frühling. Goldbarren, natürlich, und Stein. Naja, muss erwarten. Ja, oder schlafen gehen. Ich gehe morgen wieder in die Starcavern. Diamanten sind echt so scheiße. Ey, das hat, guck, das ist nur einer und wir haben fast 1000 bekommen. Wow. Ich habe gedacht, die bringen 2500 each. Anscheinend bringen die da mehr als Goldene, das ist ja Regenbogenfarm, meine ich. Willst du das damit sagen? Ja. Das erste Mal, dass die beiden so nah beieinander sind. Guck, meine auch. Guck, eine glückliche Familie in der Reihe aufgestellt einfach, guck mal. Du, da hast es meine Frau mit mir fremdgegangen. Nur weil es geht Spaß ist. Ich kenne Geschichten. Ich auch. Ja, also. Ja, aber dennoch. Aber guck mal, wie wir da einfach so oft gestellt sind wie eine Armee. Ja, aber auch nicht. Ja, ich will sich noch dazu stellen, willst du dich doch hinter die kleinen Stellen einfach so oder auch nicht. Ich habe, äh, Ding, keine Zeit. Hey! Zeit ist Geld. Diesmal sollte ich auch mich aufreißen. In der Armee wird beigebracht, dass man stundenlang ruhig dastehen. Was ist das, was mit den Leuten passiert, die nicht ruhig stehen bleiben? Und wenn das Schwerd raus. Jetzt habe ich Angst vor Geistern. Wieso? Ich bin gerade hier rausgegangen, die Kiste hat sich gerade geschlossen. Von alleine. Wow. Ich glaube, unser Hof ist verflucht. Vielleicht ist es ja auch jetzt auf. Willig daran, dass die Seele vom Opa hier vor allem noch hit ist. Ne, ich glaube, ganz ehrlich, der Vater von deinem Kind ist, glaube ich, auf diesem Hof gestorben und er weilt jetzt hier. Auf dem Hof. Ich glaube, sie hat ihn umgebracht. Um alle Beweise zu vernichten. Ich hasse dich, dass du sowas sagst. Ich versuch doch hier nur irgendwie Story in die Spiele reinzubringen. Du sagst nur, dass meine Frau mir fremdgegangen ist mit einem schwarzen... Du sagst, mein Mann liebt mich nicht. Ist auch wahr. Wenn es das andere auch war. Da zeigt es halt nichts. Ich kann sogar wirklich da angeln. Okay, dann versuche ich das mal. Warum sind die Insekten schon unsterblich? Praxi. Warum bist du unsterblich? Hey, trete mit dir. Ja, Mann, ich habe einen Stein geangelt. Man kann ja doch da angeln. Ja, habe ich gesagt. Ich bin nicht zu, wenn man da angelt. Ich habe auch in einem einen Teich bei diesem Spa, habe ich auch geangelt. Und ich meine, ich habe dir nicht zugehört. Aber ich meinte im Winter, das meinte ich gerade. So, ja. Ja, da habe ich auch nicht gedacht, weil es ist eigentlich sehr zugefroren aus. Komm, das sind ja auch Fußabdrücke hier. Von Hasel oder so. Auf dem... Das ist von meinem... Ich glaube, das ist von meinem... Nee, das ist doch von einem Hase. Weil die Fußabdrücke von einem Player bleiben nicht. Also die bleiben schon dabei, nur für ein paar Sekunden. Ich bin auch nicht drauf gelaufen, tatsächlich. Gilt ja nicht mal. Also. Ich meine generell im Schnee. Aber das eine Gemäde, was ich gefischt habe aus dem Spa, das kann man im Winter nicht holen. Oh. Eigentlich ist die Höhle hier ein bisschen schon dafür bekannt, Golderz hier richtig auf Masse zu haben. Aber auf einmal finde ich hier gar nichts. Guck mal, jetzt bekomme ich wieder Holz. Ja! Dekorativer Mülleimer. Kommt ja immer in eine Müllerhülle. Willst du auch einen? Ja. Ich versuche mir auch einen zu angeln. Wenn ich es irgendwann wieder da hinkriege. Jetzt. Ich hasse dich. Ich weiß. Nicht dich, das stehen hier. Weil der wartet einfach nur drauf, wenn ich anzugreife. Oh, wenigstens Iridium-Apps. Boah, ich glaube, verlangt, dann ist, glaube ich, der schlimmste Effekt, wo es in dem Game geht. Vor allem, wenn die auch noch in dir drinnen dann auch noch stehen. Ja, und da noch mehrere davon sind. Ja, du bekommst nämlich die ganze Zeit Schaden, kannst dich auch was dagegen machen. Ernsthaft jetzt, wie soll ich da durchkommen? Okay, gut, ich habe es geschafft. Ich habe es auch geschafft. Ah, danke. Tu ihn einfach unten in den Keller rein. Ich tue ihn bei mir halt in die Küche erstellen. Oder Sarah, neben das Bett gibt nichts Romantischeres, als den Müll die ganze Zeit zu riechen. Es gibt nichts Romantischeres, als den Vogelscheuch neben dem Bett zu haben. Ich meine es nicht, dass ich meine Frau. Hatte ich auch nicht behauptet. Aber viele würden es denken, bei so einer Aussage zum Beispiel. Schau mal, was er gedroppt hat. Redium war. Mhm. Das ist ja noch seltener als ein Iridium-Erz, das die droppen. Heute läuft das irgendwie mit Iridium. Noch ein Iridium-Erz. Heute ist Tag, dass es Iridium ist. Wollt, kannst du das Pause machen? Ja. Danke. Okay. Danke. Na, ich lasse noch. Na, ich lasse mich an das. Ich glaube, es hat keine so hohe Heilung. Ja. Da ist ja schon Durchgang. Puh, hast du das gesehen? Ja. Ja. Oh, ho, 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 ho. Ah, ich guck mal wieder, ob die Händlerin da ist. Ah, gut. Das war ja gestern, wo ich da geguckt habe. Das vergesse ich auch ganze Zeit. Jaa. Jees. Totem. Ne, sie ist nicht drin. Na ja. Es ist überhaupt schon selten, dass sie da ist. Oder ist sie weiter hinten? Nee, die ist nur hier. Sie sind nur hier, ja. Da drin kann ja auch nichts spawnen. In dem Bereich, wo die immer ist. Hi. Einfach nur hi. Ja, davor einfach, was, Kicher. Kicher? Ja, einfach so, Sternschen, Kicher, Sternschen. Also, dass sie kichert halt. Schon klar, einfach sonst. Jees. Ja, vielleicht sagt sie auch einfach so, was, Kicher. Ja, Diamanten, zwei. Ja, die Diamanten sind nutzlos. Ist doch so klar, dass du es wieder sagst. Ja, die bringen nicht mal tausend. Die bringen, weil ich die verkaufe, bringen die fast tausend. Weil ich habe ja den Bonus-Effekt. Nein, wie gefällt dir das? Da ist für mich noch was drin. Hi. Schon bei dir bist du, ne? Bei allen anderen einfach eher das richtige Arsch. Ja, die mag ich auch. Die anderen zwei waren mir unsympathisch. Die ist cool. Die hat mir eine Nähmaschine. Die hat mir eine Nähmaschine ausgeliehen. Dabei habe ich nicht mal ein Herz mit... Äh, zwei Herz habe ich mit ihr mittlerweile. Vielleicht hätte ich auch mal das Hard-Event. Oh, schon so spät. Eine unserer Hauptsätze in diesem Let's Play ist einfach, oh, schon so spät. Ja, das stimmt wirklich. Das ist schlimm. Hä? Was? Was? Sag doch einfach. What happened? Ich hab's dem Falschen gegeben. Ich wollt's Emily gehen. Ist aber schuld. Also, das ist der Kaffee, wo ich gesammelt habe. Aha. Ne, das war mein eigener. Das hat mir Sebastian gegeben. Weil, drei Kaffees, die vom Kühlschrank sind halt die, welche ich da gesammelt habe. Die hab ich aber nicht geholt. Ich hatte zwei. Okay. Und ich hab ein Hoffnung in Kass gegeben. Na ja. Vor allem, ich hab mir extra noch einen gekauft, dass ich zwei Geschenke für sie habe. Ach, dann gäbe ich das dem Typ da. Ich hab's dir nicht zwei auf einmal. Was? Ich hab's dir nicht zwei auf einmal. Ich weiß, aber morgen dann auch. Meine Fresse. Ja, was? Die hat halt das coolste Hard Event. Ich will das weiterführen. Ach, ist das nice. Wegen sowas ist das jetzt bei lustig. Wegen so einer Scheiße. Hat es halt richtig gestanden und ihr es richtig gegeben, dann hat es ihr es auch gegeben, dann. Deswegen ist die Stand, wo ich ihr es geben wollte, stand die direkt hinter ihm. Er hat's halt kurz gewartet, dass dir das besser passt. Sei immer mal froh, jetzt war's wirklich lustig. Never give up, oder so. Hä? Never give up, oder so. Never back down. Gott, ey, fang nicht wieder da, bitte. Ich mein nicht mal das Lied dazu. Das ist nicht mein Lied. Ich mein, das ist, was ich gesagt habe. Ach, nee. Ernsthaft jetzt, wie lange noch? Oder wie viele noch? Sie ist da, lieber die macht Spaß. Kann ich nicht widersprechen. Endlich. Alter, kämpf dich dagegen an. Du wirst gefressen. Gefressen ist vor allem nicht verkauft. Nein, wo ist der Knoll? Nein, warte, der Knoll. Ach, hätte dann nicht mal geklappt. Weißt du, deswegen Lewis? Ja. Wir müssen immer noch die Mission von seiner Unterhose abschließen. Ja, weißt du, der Proma war zwei Herzen mit Marni. Ja. Naja, gut, vielleicht bekomme ich, weil es wichtig geschenkt ist, bekomme ich Herzen. Mit dir. Ja, Drosti. Ja, ich hab's dir als wichtig geschenkt vor allem. Als geschenkt mich als wichtig Partner. Ja, ich bekomme sie halt geschenkt, was soll ich sagen? Ach, zwei. Er wird doppelt hält besser. Ach, ein einzelner. Es sei denn, das ist ein Gegner. Naja. Oh, lange Zeit mal. 14 E-Bänder. 14 E-Bänder. 14 E-Bänder. 14 E-Bänder. Ach, ich hab's dir falsch gelesen. Ja, ich sollte langsam gehen. You should. Huh? You should. Ich bin totem. Ach, was soll das denn? Was? Was meinst du? Nichts. Ich will dich ja auch geben. Nee, du hast eh nen Totem. Okay, dann wollen wir einen. Ja, das ist sehr weise. Das ist die weise Entscheidung. Und dann, Kelleck, du bringst deinen Müll an. Ja, danke. Yeah. Plus 25 LP. Ach, das ist ja echt. Ich muss dir versuchen, 15% mehr Schaden oder habe mehr Leben. Aber ich bin ganz ehrlich, ich will dich nicht beeinflussen, ich würde Schaden nehmen. Weil ich finde, Angriff ist immer wichtiger als Leben. Immer. Weil das prägt nichts, wenn du nicht gut Schaden austeilst und halt über mir. Ja, die Sache ist die. Du kannst das machen, was du willst. Ich will dich da nicht machen. Und wenn es 30 wären, würde ich das nehmen, weil die Gegend, dass die Drachen machen 30 Schaden, äh, Leben. Weil ich finde halt Schaden ist halt auch super wichtig. So kannst du auch zum Beispiel Monster noch viel schneller. Ich würde auch normalerweise auf Weihnachten. Naja, stimmt. Henni, morgen erst. Ja, aber bei uns wird Weihnachten am 25. gefeiert. In Amerika wird es erst am 25. gefeiert. Merry Christmas. Emily. Yeah. Ich hab dir was geschenkt. Oh. Oh, na, die Zäune referiert. Morgen ist das Festes Winsers, hast du ein Geschenk für deinen geheimen Freund, Mane. Besser, wir gehen nun mal. Okay, alles besser. Okay, so. Oh, ich hab viel Ausbeutung. Aber unser wichtiges, äh, wichtigstes Anliegen ist Golderz. Wieso nochmal? Warum brauchst du nochmal Golderz? Was war es nochmal? Daniel, du hast dich nur beschwert, dass wir kein Golderz mehr, dass wir kein Golderz mehr haben. Ne, wir brauchen doch irgendwas noch mal. Ich weiß es nicht. Weiß es auch nicht mehr. Ne, ich hab's vergessen. Ja. Du hast mir vor allem nie gesagt. Ja. Genau meine Worte. Warte schnell. Okay, gut, Leute, wir sehen uns im nächsten Mal bei Star Radio Valley und ciao.